Auf den Berliner Amateursportpreis für den Klub am Ruppenhorn, ein dreifaches Ruppenhorn! Wenn beim Klub am Ruppenhorn zur Regatta das Horn ertönt, dann sind sie natürlich alle da. Wir wollen Ostern wieder ins Trainingslager am Gardasee fahren und würden dort das Geld investieren, vielleicht auch neue Segel dafür kaufen. Jeder ist für jeden da. Es wird gemeinsam gesegelt und gelacht. Egal ob groß oder klein, jung oder alt. Ja, der Klub am Ruppenhorn ist ein absolut ausgezeichneter Verein, der für familiären Zusammenhalt steht, den man hier als Sportler spürt und der gerade im Segelsport seinesgleichen sucht. Das Aushängeschild am Ruppenhorn ist das Bundesliga-Team. Dass es dieses Team überhaupt gibt, ist bereits ein Riesenerfolg für den kleinen Verein. Und dann gewinnen die auch noch. Einfach großartig. Deutschlandweit erfolgreich, aber auch zu Hause immer gerne am Start. Und nachdem das Horn ein letztes Mal ertönt, ist bei den Ruppenhornern noch längst nicht Schluss. Wie ihr gesehen habt, reißen wir uns bei egal welchem Wetter den Arsch auf. Deswegen votet für uns. Hier unten.